Ein fremdes Land, eine ungewohnte Sprache und zahlreiche neue Gesichter. Erste Eindrücke internationaler Studierender an der Fachhochschule Münster. Aus allen Teilen der Welt kommen Sie für ein Semester oder ein vollständiges Studium an die Fachhochschule. Hilfe und Unterstützung bietet Ihnen dabei der Welcome Service des International Office. Und das bereits vor der Ankunft in Deutschland. Bei der Planung der Anreise, der Suche nach einer geeigneten Unterkunft oder Fragen zum Visum steht der Welcome Service internationalen Studierenden und Gastwissenschaftlern als erster Ansprechpartner zur Seite. In Münster oder Steinfurt angekommen, leistet das Team des Welcome Service Unterstützung bei allen notwendigen Formalitäten und organisiert darüber hinaus ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Angebote, die geplant und koordiniert werden müssen. Der Welcome Service besteht aus einem internationalen Tutoren-Team. Die Tutoren sind entweder selbst als internationale Studierende nach Deutschland gekommen oder haben bereits im Ausland Erfahrungen gesammelt und möchten dann eben diese guten Erfahrungen weitergeben an neue internationale Studierende hier an der Hochschule. Dadurch sind sie natürlich auch schon entsprechend sensibilisiert, wissen um viele Probleme, die man am Anfang einfach hat, wenn man neu in eine Stadt kommt und neu in einer Hochschule anfängt zu studieren. Und können dann auch auf ganz vielen Ebenen den Studierenden weiterhelfen. Denn zu zweit geht vieles leichter. Die Tutoren lotsen durch den Behördendschungel, begleiten zu Ämtern, Banken und Krankenkassen. Sie helfen Formulare zu verstehen und bei schwierigen Beamten Deutsch den Durchblick zu behalten. Aber auch im weiteren Verlauf des Studiums ist der Welcome Service Ansprechpartner. Bei kleinen Fragen und größeren Herausforderungen. Wenn dann fürs Studium alles passt, kann ein Blick auf die Freizeitgestaltung geworfen werden. Hier bietet der Welcome Service über das gesamte Semester ein vielfältiges Programm an. Von gemeinsamen Bowlingabenden über Städteausflüge bis zu regelmäßigen internationalen Treffen. Mit dabei sind dann auch viele deutsche Studierende, die Interesse an kulturellem Austausch haben. Und so werden aus zunächst Neuen ganz schnell viele bekannte Gesichter.